Ich bin Angela, komme aus Aachen und studiere Kommunikationswissenschaft und Anglistik. Am Anfang hat es mich ein bisschen irritiert, dass die Stadt doch relativ klein ist, aber im Laufe der Zeit, wenn man die Stadt auch ein bisschen näher kennengelernt hat, hat man halt gemerkt, dass es ganz viele verschiedene schöne Ecken gibt und dementsprechend fühlt man sich hier dann eigentlich einfach nur wohl. Also ich würde sagen, dass man hier sehr gute Voraussetzungen hat zum Studieren. Überlaufen würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also es ist schon so, dass man ab und zu halt eng aneinander sitzt, aber es ist niemals so, dass da jemand irgendwie rausgeschmissen werden muss oder dass man da nichts mitbekommt oder keinen Platz hat. Im Endeffekt habe ich bis jetzt nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Fakultäten oder höheren Ämtern. Also es hat alles immer ganz gut geklappt und wenn man mal Probleme hat, hat man auch direkt einen Ansprechpartner vor Ort. Ich habe selbst ein Auslandssemester gemacht und zwar letztes Jahr im Winter und war da in England gewesen und ich muss persönlich sagen, dass ich hier sehr gut damit unterstützt worden bin. Also ich war im Vorfeld oft im internationalen Büro und dann hat man mir halt gesagt, was ich im Vorfeld machen muss, wie die Finanzierung aussieht und wer mich dann auch dabei unterstützen kann und was für Ansprechpartner habe ich vor Ort und wie ist das dann auch mit den Anrechnen von meinen Studienleistungen, die ich im Ausland erbracht habe. Und im Endeffekt konnte ich mir auch so zwei, drei Noten anrechnen lassen und ja, also es war überhaupt kein Problem, das jetzt ins Bachelorstudium zu integrieren. Die Tulp ist in Zeiten von Klausuren oder von Hausarbeitenschreiben mit mein Lieblingsplatz zum Lernen, denn man hat da einfach, also ich finde es richtig schön, dass da alles mit Glas ist und man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt gar nicht drin. Man kann die ganze Zeit rausgucken. Was ich ganz klasse finde, ist, dass die Datenbanken einfach riesengroß sind. Also man hat unfassbar viel Zugang zu englischen Texten, auch zu französischen Texten und ja, zwischendrin kann man sich da mal einen Kaffee gönnen. Also die Tulp ist richtig angenehm zum Lernen. Rückblickend glaube ich, Jena war eine richtig gute Entscheidung für mich, denn ich habe hier richtig viele nette Leute kennengelernt und Jena an sich ist einfach sehr gemütlich, aber trotzdem auch facettenreich und ja, das Studium an sich hat mir Spaß gemacht. Jena ist einfach eine Stadt, die ist klein und fein und man fühlt sich wohl.